Heute geht es um den Ping des Todes und um ein Update in Sachen Huawei. Hallo, hier ist der Tim von GDATA. Das Embargo gegen den chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei stößt mittlerweile auf immer mehr Widerstand, zuletzt auch aus den Reihen amerikanischer Unternehmen. Zuletzt hatte eine Executive Order des US-Präsidenten dafür gesorgt, dass Huawei künftig keinen Zugriff mehr auf bestimmte Entwicklerressourcen von Google erhalten wird. Damit treibt die US-Regierung jedoch nur das Bestreben von Huawei voran, künftig verstärkt an einem eigenen Betriebssystem zu arbeiten. Einem Reuters-Bericht zufolge sind Intel, Qualcomm und Xilinx dabei, in Gesprächen mit Repräsentanten der US-Regierung eine Lockerung der Sanktionen zu erwirken. Bei den Gesprächen gehe es jedoch nicht darum, Huawei zu unterstützen, sondern darum, wirtschaftlichen Schaden von US-Unternehmen abzuwenden. Die Gespräche sind ein Indiz dafür, dass ein Embargo gegen die sogenannten Adversaries nicht ganz zu Ende gedacht ist. Denn viele US-Hersteller, so wie zum Beispiel Apple, beziehen zahlreiche Komponenten für ihre Produkte ebenfalls von chinesischen Herstellern. Auch einige Rohstoffe, die für die Chipfertigung benötigt werden, stammen ursprünglich aus China. Im Linux-Kernel und in FreeBSD sorgt ein Bug dafür, dass speziell präparierte Datenpakete ein System zum Absturz bringen können. Entwickler des Film- und Serien-Streaming-Portals Netflix haben den Fehler entdeckt. Unter Linux sorgt der Bug dafür, dass eine sogenannte Kernelpanic auftritt und das System effektiv zu einem Neustart gezwungen wird. Auch FreeBSD ist von dem Bug betroffen, allerdings sind dort die Auswirkungen weit weniger dramatisch. Die gleichen Datenpakete, die ein Linux-System zum Absturz bringen, sorgen unter FreeBSD nur dafür, dass das System merklich ausgebremst wird und mit wesentlicher Verzögerung reagiert. Anders als einige befürchtet haben, eignet sich dieser Bug jedoch nicht dazu, Daten auszuleiten oder sonstige Rechte auf dem System weiter zu eskalieren. Der Fehler ist ab Kernel-Version 5.1.11 behoben und es existieren Workarounds, die einen Absturz verhindern. Ein Link zu einer Übersicht dazu findet ihr in der Beschreibung. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen keine schnelle Besserung zu erwarten ist. Ganz konkret sind das Geräte, in denen ebenfalls ein Linux-Kernel zum Einsatz kommt. Das sind zum Beispiel Android-Smartphones und zahlreiche IoT- und Smart Home-Geräte. Diese Geräte bleiben so lange anfällig, bis der Hersteller einen Patch zur Verfügung stellt, sofern er das überhaupt tut. Soweit von mir. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. atminton